so da sind wir wieder wir waren ja zuletzt hier stehen geblieben ich guck jetzt mal hier gleich mal in die falltür rein was da so los ist ja ist klar da startet man natürlich top ich glaube ich werde direkt das machen also was ich gut finde ist dass man zumindest zumindest die gleichen geheimgänge hat hier können wir uns schon mal ein zwei schnappen hier müssen wir aufpassen der ist natürlich alarmiert wird sobald er uns sieht los schießen die teile sind aus heißt ich kann nicht in die luft sprengen und dichter oben kann ich jetzt auch übernehmen weil du sonst nicht einfach nur noch nervt und jeder toter slick ist eigentlich immer ein guter slick von daher geben wir uns immer so alles klar follow me so jetzt gehen wir alle runter kommt jetzt so gib ihm und viel spaß dinge also genug leben haben wir jetzt auf jeden fall hast du schon mal safe so hier auch noch mal hoch krass bevor wir nach zu lag 2 gehen da müssen wir echt noch mal einiges tun wir haben jetzt gleich auch noch mal kurz die karte hier da werden wir dann sehen wie viel weiter wir jetzt gekommen sind kurz mal reinschauen so 39 müssen wir uns hier noch schnappen positionierte angestellten positionierte angestellte das habe ich vorher nicht gesehen das gab es vorher auch noch nicht mal was da ach so da oben sind vier noch mal ja es gibt auf jeden fall glaube ich noch nein ist nicht so schlimm ich habe ja hier gerade noch gespeichert das muss wirklich echt automatisiert bei mir durchlaufen hat damit ich echt auch nicht wirklich in diese problematik kümmere dass ich da noch mal neu anfangen muss hier haben wir jetzt noch paar leute das heißt jetzt noch nichts könnte sofort erstmal rein einschicken okay boah sind auch richtig viele hier geht es auch noch mal irgendwo anders hin anscheinend so hier dann gibt er noch mal rein und hier ist ja noch eine falltür also von daher geht ja noch einiges also hier geht noch mal irgendwie was ne da kann ich auch noch mal rein und ich spare noch mal kurz bumm dann lande ich wahrscheinlich jetzt draußen oder so hat keine ahnung wo ich da lande spielstand wirklich laden ja eine abkürzung so hier war ich nämlich zuletzt da habe ich keinen bock noch mal zurück zu gehen auf keinsten ich muss wahrscheinlich noch ich mir fällt gerade ein ich muss dann danach hinten noch mal hin da wo ich also sämtliche geheimgänge muss ich ja noch mal noch mal holen gehen ne hier ist noch einer von denen oh man ihr weißt was das ist mir glaube ich zu riskant da werde ich jetzt lieber nach unten gehen und mir den so holen weil der hund ist ja hier da und hier passiert nichts mehr also dann kann ich ja hier noch mal kurz zaubern und den wieso noch mal holen bevor mir der nachher irgendwie ein mudokon weg schießt jetzt gehe ich nämlich hier ganz heimlich in die ecke und bringen mich still und traurig um und dann läuft halt so zeig ich kommt alle mit das ist natürlich immer eine ganz schöne menge die man hier immer hat ne kann man hier schon wieder sieben acht leute keine ahnung wie viele das sind natürlich wahnsinn so jetzt kommen wir wahrscheinlich auch hier wieder raus ne das ist dann also gar nicht so verkehrt hier noch mal so zurückzukommen und dann können wir wirklich mal diese abkürzung nehmen ich glaube diesmal haben sie es auch nicht großartig versteckt sondern wirklich nur in den geheimgängen die die es halt vorher auch gab wenn man die vorher nicht kannte dann kann dann hat man hätte man die wahrscheinlich heute auch nicht mehr gefunden von daher ja 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 nee brauchen wir das ja kommen wir holen es noch mal ach quatsch da hinten ist ach was soll es wir müssen wir brauchen sollten dann gehen wir noch mal hin so ich speichere noch mal hier ist glaube ich auch alles easy ja ja das auch alles cool haben wir alles gerettet hier bringen wir wie immer rein oder wie es uns auch schon so häufig passiert ist rein zu übereifrig wieder so hier das machen wir erst gar nicht auf ohne hier kann man durch ist alles cool hier passiert nichts mehr so hier gehen wir noch mal nach unten weil es gab dort glaube ich auch noch mal zumindest einen geheimgang und danach müssen wir sowieso noch mal zurück um zu gucken ob wir auch wirklich alle aus zu lock 1 haben bevor wir jetzt hier verschwinden das ist mir nämlich dann doch zu blöd wenn wie gesagt uns da modukons abhanden kommen das wäre zu traurig muss ich sagen zu traurig ach lol da steht der da immer noch der ist noch nicht despawn ist das normal warum liegt der da ach ich habe den auch erschossen normalerweise schieße ich die ja nicht sondern lass die in die luft springen ach so hier kommt man gar nicht hoch ja puh dann fehlen mir jetzt ja noch 30 oder so ne das war das noch mal das war das alles klar hier komme ich auch nicht weiter ja ok chef dann schauen wir mal kurz auf die andere seite warte wir hier haben hier ist nur speicher und hier haben wir diese komischen zaubervögel es gibt noch diesen ein positionierungs raum oder was auch immer das war ich muss gleich noch mal kurz auf die karte gucken ich weiß gar nicht wo wir zuletzt den schnell speicher stimmens hatten so hier ist echt ein tolles soundkulisse muss ich sagen man hört irgendwelche hunde die eigentlich jetzt mittlerweile slogs heißen soweit sind wir ja gekommen muss man sich das mal überlegen in paar 30 weiß man es dann endlich mal ok liegt jetzt einfach daran dass ich mich nicht wirklich informiert habe wie die ganzen wesen heißen kann man ja natürlich vorher mal machen ne aber gut man kann es auch lassen so wo ist denn hier die karte ich bin mir nicht sicher ob ich das behalten kann aber ich kann ja mal gucken ob ich das jetzt noch habe wenn man hier mal ganz kurz ja man verliert so karte 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 ich brauche eine karte hier haben wir eine karte wunderbar schauen wir mal kurz rein was da steht 22 slogs äh lol äh modokons ne klatsch hier so warte mal warte mal warte mal was sind wir da sind wo sind wir denn jetzt ist das da ok also der erste raum ganz rechts äh quatsch ganz links oben da ist die falltür da waren wir dann werden mir noch drei weitere falltüren angezeigt ist das richtig oder sehe ich das falsch hier nicht der zweite sondern der dritte raum da sehe ich doch dreimal solche weißen punkte das könnte gut passen dass da noch zwei habe ich dann ich werde ein habe ich glaube ich schon gemacht den anderen weiß ich nicht ja müssen wir mal schauen was wir hier so finden hier können wir durch das war ja alles easy hier können wir auch nichts mehr bewegen ja bewegungsmelder die kennen wir ja mittlerweile was passiert denn wenn wir hier runter gehen dann sterben wir alles klar dann müssen wir den halt nehmen so hier waren jetzt noch angeblich zwei also insgesamt drei einen haben wir ja schon gefunden also ach ich schau mal hier hier war letztes mal noch einer oder warte noch mal ja genau hier war noch mal einer den müssen wir uns noch mal schnell schnappen oh oh das könnte schwierig werden gut das haben wir sehr gut gelöst müssen gar nicht bewegen schön in die ecke gehen und dann läuft das so jetzt schnappe ich mir den noch mal und den kann ich eventuell nutzen um entweder jemanden zu töten oder ei 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 das ist echt hardcore das problem ist der eine wird wahrscheinlich dann dahinten schießen ich glaube nicht dass das mir was bringt kann ich irgendwie komm her ah ah geilo ich kann sagen get down also ich kann jetzt sagen äh äh köpfe noch unten geilo ja gut das hat er schon einiges erleichtert das freut mich ja echt ungemein kommt her das hat die sache auf jeden fall deutlich einfach gemacht aber die können ja auch miteinander reden so ich habe jetzt 22 brauche ich noch 86 habe ich also werde ich auf 199 kommen glaube ich oder ne quatsch 198 kann das sein ne was laber ich oh gott äh keine ahnung wie weit wir jetzt sind jetzt haben wir auf jeden fall noch mal acht weitere bekommen warte ich geh nochmal kurz oben hoch so das heißt 14 müsste noch irgendwo versteckt sein äh spring danke so ein weiteres gibt es auch noch das ist wahrscheinlich auch noch mal so ein loch so der dürfte von der karte her aus hier sein habe ich das denn schon benutzt ich weiß es nicht ich glaube nicht ich bin mir nicht sicher es kann natürlich sein dass ich es vergessen habe oder ich war ja schon drin oh gott da schlafen ja nur welche so einmal kurz begrüßen lol was ist denn da los ja bomben brauche ich nicht ich kann ja jetzt natürlich die auch immer gegenseitig kaputt schießen lassen ne ist da einer lebt noch und dann war es das das sind aber immer noch nicht 14 gewesen meine ich ja es gibt ja noch es gab ja noch diesen einen geheimen keine ahnung weil ich den da äh gefunden habe in part 7 glaube ich war das aber der funktioniert ja nicht mehr so lol ja das muss man aber auch erstmal wissen ne okay und dann müssen wir das temporär einfach machen so lol die schießen einen direkt kaputt ey was ein quatsch okay dann muss man hier anscheinend erstmal für hoch für ruhe sorgen und dann läuft das ach ja so und erneut das gleiche dann speichern wir gleich mal lieber wieder sonst sind wir hier gleich schon wieder an der gleichen Stelle so und dann nochmal so dann werden wir da unten starten dann werden wir uns am besten gleich so positionieren dass wir sofort nach oben können und dann kommen sie eventuell nach ne die kommen definitiv nach unten gesprungen dann ist das ja alles cool so so das muss natürlich vorher auch nochmal wissen ne lol der ist explodiert okay okay so das sind 10 stückse ne sind gar nichts okay alles klar ich glaube ich nehme nochmal bomben mit einfach nochmal weil man sie sicherlich gebrauchen kann so okay das war das achso ich habe es hier einfach verpasst weil hier gerade noch so viel Trubel war und das ist das gewesen das ist wahrscheinlich das Problem gewesen so hier ist nix hier ist nix dann schauen wir hier nochmal kurz auf die schlaue Karte sechs stück fehlen uns noch okay sechs stück also wir gehen nochmal chronologisch runter also achso ich kann von hier gar nichts sehen wir haben eventuell dahinter noch irgendwas das ist ganz hinten also wenn wir jetzt von ganz ganz rechts ausgehen da ist irgendwie noch irgend so ein Knubbel beim Aufzug ansonsten hä ja guck mal da unten wenn wir jetzt von unten ausgehen ne da zwischen den großen Aufzug von oben nach unten ist noch ne Tür aber wie soll man da hochkommen ohne Witz weil da ist noch ein Geheimgang die werden hier tatsächlich angezeigt war das denn vorher auch so? hm ja keine Ahnung aber da sind garanti die letzten sechs ja was äh ich seh schon wieder die Zeit rennt schon wieder das heißt ich muss euch schon wieder verabschieden tut mir leid liebe Leute aber es ist so dann werden wir uns in der nächsten Folge mal da hinten äh hinbegeben und schauen ob wir die da finden und danach vielleicht sogar Richtung Zulag 2 verschwinden mal schauen was wir so schaffen ähm ja genau wir sehen uns dann in der nächsten Part bis dann tschüss bis dann 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 bis dann